Mein hochverehrtes Publikum! Es scheint so, als hätte der Aufbau zum Roher 2018 begonnen. Ich befinde mich bereits in meiner Montur und bin stark am Spitzen. Jetzt heißt es drei Tage ackern und dann kann es endlich losgehen. Und die U-Riegel und U-Riegel. Was kommen da? Die V- und die X-Riegel kommen jetzt. Wenn das zu Janis hört. Die V- und die X-Riegel. Ich denke, wir machen das zum ersten Mal. Hat er auch nicht mehr zugehört. Tag 2 beim Roher 2018 Aufbau und offensichtlich ist unser Getränkelieferant auf unserem Zufahrtsweg stecken geblieben. Ich laufe jetzt mal da runter und gucke, was da jetzt eigentlich Phase ist. Da wird wohl groß abgeschleppt. joher ein Weichen, die wir jetzt tenants. strips, assassination, für fünf Jahre jetzt ab collagen und zu 2 Nous gen cartridges sein können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020